Florida, auf dem Overseas Highway nach Key West. Ein Beitrag von 280 Countries. Nach einigen Tagen an den breiten Sandstränden von Florida an der Golfküste fahren wir durch die Everglades nach Key Lago. Weiter auf dem legendären Overseas Highway über einige vom Hurricane betroffene Koralleninseln nach Key West. Die Tage vor dem Heimflug verbringen wir im Art Deco Viertel South Beach am Atlantikstrand von Miami Beach. Anreise. Erster Tag. Nach einem einwöchigen Aufenthalt in Kalifornien reisen wir mit Delta Airlines von San Diego mit Umsteigen in Atlanta nach Tampa weiter. Da der Flug von der Westküste schon 30 Minuten vor der geplanten Ankunftszeit aufsetzt, reicht uns die vorgesehene Umsteigezeit von nur 40 Minuten am größten Flughafen der Welt bequem, um den Anschluss nach Florida zu erreichen. Es ist schon fast 21 Uhr Ortszeit, als wir im modernen Terminal von Tampa unseren bei der Tour gebuchten Mietwagen abholen. Es ist ein neuer Nissan Altima 2,5 SV, der Midsize-Kategorie, mit dem wir sehr zufrieden sind. Bietet jedoch viele Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel die Einblendung der Himmelsrichtung im Innenrückspiegel, Warnlichter, wenn sich rechts oder links neben dem Wagen ein Fahrzeug im toten Winkel befindet, Abstandsradar und Rückfahrkamera. Auf der einstündigen Fahrt zum Hotel kaufen wir noch Kleinigkeiten in einem Supermarkt ein und stellen fest, dass die Preise für Lebensmittel, Getränke und Pflegeprodukte viel höher sind als bei uns zu Hause. Indian Rocks Beach Wir haben zwei Nächte im Holiday Inn Hotel & Suites Harbourside gebucht, ein dreistöckiges Holzgebäude mit luftigem Atrium direkt am Waterway Seneros gelegen, der im Abstand von ca. 500 Meter parallel zur Golfküste verläuft. Er wird von kleineren Booten benutzt. Auf der Rückseite des Hotels befindet sich eine Marina für Motorjachten. Fahrtstrecke Flughafenhotel, 40 Kilometer Zweiter Tag Am Vormittag waschen wir unsere Wäsche von der Vorwoche und laufen dann zum nahen Strand. Der Frühnebel hat sich gelichtet und die Sonne kommt heraus. Wir wandern barfuß durch den feinen Sand immer den Dünen entlang. Später schwimme ich einige Bahnen im schönen beheizten Swimmingpool bei angenehmen Außentemperaturen von knapp über 20 Grad. Er liegt in einem kleinen tropischen Garten mit Badekabinen gegenüber dem Aufgang zur Rezeption. Am Abend essen wir zwei schmackhafte Burritos in Jake's Cantina. Trotz Nebensaison stehen die Leute bis auf die Straße hinaus an. Alle sind zu Recht begeistert von der Qualität und vom Geschmack des Essens. Außerdem bietet der Familienbetrieb fast täglich sogenannte 2-für-1-Angebote. Dritter Tag, 245 Kilometer Wir fahren die Küstenstraße 699 Richtung Süden nach Madeira Beach und frühstücken bei McDonalds. Danach geht's über Treasure Island nach St. Pete Beach. Nach Überquerung der Isla del Sol erreichen wir die Interstate 275. Spektakulär ist die Fahrt über die fast 9 Kilometer lange Skyway Sunshine Bridge über die Tampa Bay. Nach der Brücke biegen wir zum Fishing Pier ab, um dort Fotos von der Brücke zu machen. Beim Fishing Pier handelt es sich um den Rest der alten Brücke, die ein Frachtschiff 1980 gerammt hatte. Die Brücke stürzte auf einer Länge von 366 Metern ein. Sechs Autos und ein Greyhound-Bus stürzten dabei ins Meer. Fort Myers Beach Wir benutzen die Interstate 75 Richtung Süden bis Fort Myers. Nach der Brücke über den Kola Sehechi River fahren wir von der Autobahn ab. Hübsche Häuschen säumen das Flussufer. Die wichtigste Sehenswürdigkeit von Fort Myers sind die benachbarten Ferienhäuser von Thomas Elver Edison und Henry Ford, die befreundet waren. Edison legte einen tropischen Garten mit mehr als 1000 Pflanzenarten an. Vor Estero Island staut sich der Verkehr. Das Wetter ist fantastisch und es ist viel los auf der Insel, die zuvor Myers Beach gehört. Ganz im Süden liegt direkt am Strand das Autrigger Beach Resort. Wir haben für drei Nächte eine Gartenwohnung mit Küchenzeile und Terrasse gebucht. Uns zieht es sofort zum 400 Meter breiten, feinsandigen und kilometerlangen Strand, wo wir bis zum Sonnenuntergang mehrere Stunden verbringen. Erst nach Einbruch der Dunkelheit fahren wir zum Einkaufen. Vierter bis fünfter Tag Auch die nächsten Tage genießen wir im Freien, mal am Pool, mal auf der Terrasse und auf stundenlangen Strandspaziergängen. Am letzten Abend lösen wir unseren Gutschein für Getränke an der Tiki Bar ein. Eine Sängerin und ein Gitarrist sorgen für Livemusik. Marco Island Sechster Tag, 290 Kilometer Wir verlassen Estero Island nach Süden über Big Hickory Island und Bonita Beach. Auf dem Highway 41 geht es bei herrlichem Sonnenschein durch Nebles, einem besonders mondänen Badeort in Florida und Zentrum des Golfsports. Bei einem Abstecher vom Highway lassen wir die Capri Islands links liegen und fahren über eine kurze Brücke nach Marco Island. Von einem Beobachtungsturm im Naturschutzgebiet werfen wir einen Blick auf die Mangrovenwälder und die Lagune. Ein Spaziergang führt uns zum besonders breiten Strand der Insel, ganz im Südwesten von Florida. Durch die Everglades Es geht weiter auf dem Highway 41 etwa 150 Kilometer zweispurig durch das ausgedehnte Sumpfgebiet des Everglade National Parks. Gelegentlich unterbrechen kleine Indianersiedlungen und die Anleger für die Airboat-Touren die Einöde. Der Gedanke, dass in den Schlammlöchern und im Schilf ca. 200.000 Alligatoren lauern, jagt einem einen kalten Schauer über den Rücken. Jetzt nur keine Panne haben. Der Overseas Highway Bei Homestead haben wir es geschafft. Wir treffen auf den Highway 1. Schon bald taucht die Brücke auf, die hinüberführt nach Key Lago. Die Florida Keys sind etwa 1700 Sandinseln auf einem Korallenriff, das sich über 250 Kilometer von Key bis Kane im Atlantik von Miami bis Key West von Nordost nach Südwest erstreckt. In Key Lago wohnen wir im Holiday Inn am Yachthafen. Die Hotelanlage umschließt auf drei Seiten eine Pool-Landschaft mit Tiki-Bar und tropischem Garten. Nach ein paar Bahnen im Pool gehen wir in ein Thai-Restaurant in der Nachbarschaft. Hier gibt es frisch gefangene und delikate Softshell-Craps auf asiatische Art. Direkt am Hotel liegt ein kleines Fischerboot aus Holz, die African Queen. Hauptdarsteller Humphrey Bogart steuerte es im Hollywood-Film Key Lago mit Lorenz Bessel. Siebter Tag. Heute steht ein Highlight unseres Florida-Urlaubs an. Die 160 Kilometer lange Fahrt auf dem Overseas Highway nach Key West. Das Wetter ist großartig. Auf der linken Seite leuchtet der Atlantische Ozean in Dunkelblau, rechts der Golf von Mexiko in Türkis und Hellblau. Über Plantation Key und Fotostops am Smugglers Cove auf Isla Morada und vor der Channel 5 Bridge erreichen wir Long Key. Hier sind noch deutlich die Spuren von Irma zu sehen. Der Hurricane ist im September letzten Jahres hauptsächlich über diese Insel, Duck Key und Marathon hinweggezogen. Viele Häuser sind stark beschädigt. Am Straßenrand liegen noch entwurzelte Bäume, Sperrmüll und abgefragte Camping-Trailer. Es gibt auch kein Gras mehr. Diese Inseln sind überspült worden und auch die Palmen sind zersaust. Vor Pine Key kommt die längste Verbindung über das Wasser, die Seven Mile Bridge. Key West In Key West fahren wir fast bis zum südlichsten Punkt der Insel. Hier haben wir im Blue Marlin Hotel für zwei Nächte gebucht. Wir beziehen ein großes und gemütliches Zimmer. Die Anlage verfügt über einen großen, beheizten Pool im Hof mit einer überdachten Bar, wo morgens ein einfaches Frühstücksbuffet aufgebaut wird. Das Hotel liegt in der Altstadt. Hier stehen fast 3000 Holzhäuser im Bahama-Stil, meist zweistöckig mit umlaufenden Farranden, die typischen Conch-Houses. Wir laufen zum Sassan Most Point US, die Leute stehen für ein Foto an. Ein freundlicher Herr organisiert das Ganze und drückt auch auf Wunsch auf den Auslöser. Gerne nimmt er dafür ein Dringgeld entgegen. Allerdings liegt der südlichste Punkt der Vereinigten Staaten auf Hawaii und als südlichster Punkt der Vereinigten Staaten auf dem Kontinent kann ich eine Koralleninsel weit vor der Küste auch nicht akzeptieren. Wie dem auch sei, ein schöner Aussichtspunkt ist das allemal. Draußen auf dem Meer werfen Fischer auf ihren Trollern ihre Netze aus. Am benachbarten South Beach mit seinem feinen Sand schwammt der Schriftsteller Tennessee Wilhelms laut angebrachter Tafel jeden Tag. Bei Bad Boy Burrito in unserer Straße holen wir uns ein mexikanisches Abendessen. Achter Tag Als Reiselektüre für Florida habe ich die Novelle »Der alte Mann und das Meer« von Ernest Hemingway auf mein E-Book geladen. Der Literaturnobelpreisträger lebte ab 1928 mehrere Jahre in Key West. Wo Hemingway war, gibt es immer eine Bar, die er frequentierte. In Key West ist es Captain Toonies Salon, ehemals Loopy's Shows. Wir laufen am Vormittag zu seinem Wohnhaus in der Whitehead Street. Gegenüber steht der Leuchtturm mitten im Bahama Village. Auf dem Rückweg kommen wir an der ehemaligen Zigarrenfabrik von Eduard Gatto vorbei, einer großen weißen Halle mit Vorbau im neoklassizistischen Stil. Nach einer Pause am Pool nehmen wir den kostenlosen Stadtbus zum historischen Hafen. Westlich, am Mallory Square, wird täglich der Sonnenuntergang im Meer zelebriert. Allerlei Boote mit Partyvolk ziehen vorbei, Pelikane stellen sich am Kai ein und mit Anbruch der Dämmerung suchen Gaukler ihr Publikum. Wir lassen uns von einem mittelamerikanischen Paar an ihrem mobilen Verkaufsstand Guacamole frisch vor unseren Augen zubereiten. Dazu werden Taco-Chips gereicht. Auf dem Heimweg bummeln wir über die Duval Street mit zahlreichen Bars, Musikkneipen, Restaurants und Läden. Miami Beach Neunter Tag, 266 Kilometer Wir fahren auf dem Overseas Highway zurück nach Quilago. Im dortigen Thai-Restaurant machen wir Mittagspause. Hinter Homestead wird der Verkehr zäh und wir brauchen mehr als eine Stunde bis Downtown Miami. Der MacArthur Crossway Interstate 395 führt über Brücken am Kreuzfahrt-Terminal vorbei nach Miami Beach. Im Washington Park Hotel haben wir für zwei Nächte ein großes Zimmer mit zwei Doppelbetten gebucht. Das Hotel besteht aus vier renovierten Art-Deko-Gebäuden. Das Zimmer ist leider noch nicht bezugsfertig. Ich gebe inzwischen den Mietwagen an der Collins Avenue zurück. Am Abend spazieren wir durch South Beach. Mehr als 800 Art-Deko-Gebäude gibt es in diesem Viertel, hauptsächlich am Ocean Boulevard und an der Collins Avenue, aber auch in der Washington Avenue wie unser Hotel und das Postamt. Viele Häuser werden abends angestrahlt. Zehnter Tag Wir frühstücken im La Gréperie Café. Am Hotel The Palms vorbei geht's zum Strand. Die Sonne scheint, aber heute weht ein kühler Nordwind bei 17 Grad. So verzichten wir auf die in der Resort-Fee unseres Hotels enthaltenen Liegestühle, bummeln stattdessen am Strand südwärts bis auf Höhe der 5. Straße und setzen uns in den Windschatten zusammengestellter Liegestühle in die strahlende Sonne. Hinter den Dünen verläuft ein Spazier- und Radweg in einem Park. Hier gibt es auch Beachvolleyball-Felder. Vis-à-vis vor seinem Haus 1116 Ocean Drive wurde 1997 der italienische Modeschöpfer Gianni Versace erschossen. Heute befindet sich das Restaurant Gianni in diesem Gebäude. Ein Besuch im Wolfsonian Museum gegenüber unseres Hotels schließt sich an. In der ehemaligen Lagerhalle ist eine Sammlung von Möbeln, Skulpturen, Geräte für den Haushalt und den täglichen Bedarf zu sehen. Alles von ästhetischer Bedeutung im Design um das Jahr 1900, oftmals im Art-Deko-Stil. Im Thai-House-South Beach nehmen wir danach ein spätes Mittagessen. Abends bummeln wir über die Washington Avenue bis zum Löw's Hotel. Am Espanola Way gibt es viele nette Straßenlokale. Elfter Tag Wir frühstücken in der Le Chique French Bakery. Der Cappuccino schmeckt hervorragend und die Croissons wie an der Côte d'Azur. Am Nachmittag fahren wir mit dem Bus zum Flughafen. Lufthansa bringt uns mit einem Non-Stop-Flug über Nacht zurück nach München. Diese Reise fand im Januar 2018 statt. Ich reiste mit meiner Frau. Fazit Der Januar ist für eine Reise auf die Florida Keys eine gut geeignete Jahreszeit mit Temperaturen meist über 20 Grad. In Key West sinkt auch die Abendtemperatur kaum unter diesen Wert. Das Wasser ist allerdings kalt, doch sind Swimmingpools wohl temperiert. Ab Februar beginnt die Hochsaison mit höheren Hotelpreisen. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com Schauen Sie auch auf meiner Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.